Das Karrierestart-Team im Rampenlicht. Ein Videoteam aus Berlin besuchte uns in Vechta, um uns bei der Arbeit zu filmen. Denn bei der Preisverleihung vom Nova Award werden alle drei Nominierten in einem Video vorgestellt. Also zeigten wir einmal alle Arbeitsschritte, die zur Karrierestart-Produktion dazugehören. Außerdem wurden wir interviewt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017